Müssen wir draußen im Regen reden? Es ist kalt und nass. Ja. Ich habe zwei Töchter. Naja, ich hatte zwei Töchter. Ich glaube, wir hätten Blumen mitbringen sollen für das Grab oder irgendwas. Ich komme mir sehr out of place vor. Ich denke aber nicht nach dem, was uns eben erzählt wurde. Wir sollten es aber nicht sagen, mein Beileid. Wir sollten nicht noch in die Wunde reindrücken. Wir haben versucht, unsere Kinder zu beschäftigen, aber die Vergangenheit, es scheint immer zu finden zu finden. Seitdem Sophia versucht, ich versucht, unsere Familie zu verabschieden. Aber wir sind weg, ein Stück von Stück. Und jetzt, dass Sam's hurt, und Greg's. Wir können uns gegenseitig helfen. Gegenseitiges helfen ist wichtig, also dann sind wir auch gerne dazu bereit, alles zu tun. Wir sagen es ihm nicht. Nein, er ruht in Frieden. Er sollte das nicht wissen. Ich hoffe, Sam sagt nichts anderes. Ich will nur, dass es ihm einigermaßen gut geht damit. Musst du denn das Tor aufmachen? Kannst du die einfach über die Mauer werfen? Das wäre doch weniger laut und sicherer, oder? Wir sollten das Tor wieder zumachen. Ich kann es verstehen. Man kann es sich nicht... Du musst stark bleiben. Du hast noch Kinder, das ist der Punkt. Oh! Wie war mir die Tür nicht wieder zugemacht? Was? Mach die Tür zu! Mach die Tür zu! Tür zu! Nein, ich wusste es! Wir hatten sie nicht aufgemacht. Nein, sie hat sie nicht! Guck mal! Oh Mann! Wieso haben wir die Tür nicht zugemacht? Nein! Jetzt ist er tot! Du Penner! Ach, wieso haben wir sie nicht zugemacht? Wieso hat er sie überhaupt aufgemacht? Für den Arm! Hätten wir nicht rauswerfen können, den Arm? Oh! Der Mann ist tot! Geh weg! Vom Fenster! Geh zu den Kindern! Gott, was sollen wir denn jetzt machen? Können wir die einfach alle umbringen nacheinander? Was hätten sie verdient? Kann ich rausgucken? Okay, da ist er. Moment, das wollte ich gar nicht. Ich wollte gucken. Ah, ich habe angerückt. Nein, ich habe gar nicht geguckt erst. Ich hätte den da hinten nehmen sollen. Der ist viel unaufensichtiger. Unaufensichtiger. Oh mein Gott. Okay, das klappt schon. Jetzt langsam. Auch Randall ist bestimmt gleich plötzlich hinter uns oder so. Das ist aber überhaupt nicht laut. Komm schon. Bitte entdeck uns nicht. Bitte, 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 bitte. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Stech ihn ab. Komm schon, stech ihn ab. Nimm deine Waffe mit. Ja. Er schießt ihn, oder? Er hat Leuchtfeuer. Oh mein Gott, er schießt ihn. Er schießt ihn. Oh, Pete. Dankeschön. Gott sei Dank. So, dass wir nicht schießen mussten. Das wäre viel zu laut gewesen. Aber Leuchtfeuer wäre auch nicht gut gewesen. Was? Ach, ernsthaft? Ich dachte... Mann, ich dachte, wir könnten ihn ausbluten lassen, weil hätten wir geschossen... Es ist so laut. Die ganzen Zombies sind das doch. Ah, die Entscheidungsfreiheit enthält er jetzt echt nicht gut. Ich meine, wir haben doch ein Messer. Bestimmt schießt die gleich auf ihn, statt mit dem Messer rauszustechen, oder? Ich hoffe, sie sticht mit dem Messer. Weil wenn nicht, finde ich die Entscheidungen ab und zu echt ätzend. Man hat nicht mal vorgegaukelt, dass man eine Wahl hat. Genau wie mit der Tür gerade. Gaukel mir doch wenigstens vor, dass ich Entscheidungen treffen kann. Ah. Nein, schieß nicht. Das meine ich. Schießen ist laut. Gegner wissen, wir sind da. Wir werfen die Waffe weg. Draußen sind die Zombies, die es gehört haben. Wieso haben wir nicht abgestochen mit einem Messer? Dann hätten wir es auch den Schuss gehabt, um Randall umzubringen. Das wäre doch viel schlauer gewesen. Eh. Oh mein Gott. Mann, da war die Hüte. Ah, Pete. Ich habe ruhig gelegen. Ich habe ruhig gelegen noch mehr. Cool. Und der rechte. Und der linke. Oh nein. Komm, Pete, du hast ein Messer. Stich ihn ab von hinten. Aua. Aua. Schmerzt. Die Schaufel. Die Schaufel. Nimm die Schaufel. Schlag nochmal auf den Kopf. Nein, lass doch die Schaufel nicht los. Ah, was sind denn das für Kämpfe? Du musst ihn umbringen. Nein. Oh mein Gott. Kuh. 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 Piep, wo bist du? Oh mein Gott, mein Arm. Ja, unten. Na, komm. Oh. Iggitz. Nochmal. Komm schon. Oh, Iggitz. Nochmal. Nochmal. Oh, das ist eklig. Und schmerzhaft. Und eklig. Und schmerzhaft. Uh, das ist noch eklafter und schmerzhafter. Aua, ua, 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 ua. Können wir dich einfach umbringen? Das wäre viel netter. Ich meine, er hat nett nicht verdient, aber... Mein Arm ist ausgekugelt. Ja, wir können es nicht alleine. Wir brauchen Hilfe. Kann einer von euch vielleicht einmal kugeln? Ach, wir haben es doch alleine gemacht. Du bist ein Biest, wie schon. Ein Biest. Können wir ihn jetzt endlich umbringen? Du Penner. Werdest du uns nicht verfolgen sollen? Oh, ah, seine Hände. Ah, ist eklig. Ja, bin ich? Dreh den Schraubstock enger, dann losmache. Ich will es sehen. Ich will, dass er leidet. Oh, der Schmerz. Nein. Ich finde das gut. Oh, seine Hände sind so lila. Weiß, dass Norma wir hier sind. Weiß Norma, dass wir hier sind? Nein? Verdammt. Wir können ihn dazu bringen, dass er was sagt, was wir wollen. Wir können ihn dazu bringen, dass er was sagt, was wir wollen. Weiß, die zurück. Mach's auch besser. Ist ja auch egal, wenn wir reingegangen wären, wäre es auch nicht gut gewesen. Mann! Ich hätte auch werden sollen, weil ich bin... Ah! Penner. Werde das nicht sagen sollen. Ah, jetzt wird sie herkommen auf jeden Fall. Ach, Mann. Ich rede lieber nicht mit ihr. Ja, sie wird es aber auch wissen, wenn wir rangehen. Was ist denn los mit diesem Typen? Oh, glaubst du, ja? Glaubst du, soweit kommst du? Obwohl, vielleicht können wir verhandeln mit Norma, wenn sie herkommt und wir geben ihr Randall, damit sie abhaut. Nein. Der will uns nur provozieren. Wir könnten Norma... Wir könnten mit Norma tauschen. Nein. Vielleicht können wir mit Norma tauschen. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber Norma ist... Aber warum kommt sie denn mit den Kindern hierher? Mit dem Kind? Es tut mir leid. Er hat die verdammte Tür nicht zugemacht. Er hat die verdammte Tür nicht zugemacht. Er hätte doch nur nicht ihr zugemacht. Das wäre so einfach gewesen. Weil wir ihn vielleicht als Verhandlungsbasis benutzen können. Ja, er ist ein wertvolles Druckmittel. Oh mein Gott. Ham, wir müssen doch erst mal gucken, wie er das ausspielt. Ich versuche doch irgendwie schlau zu sein, aber irgendwie klappt hier nichts, was ich versuche. Es macht mich bitte weiter, Martin. Okay, Pete, dann sag mir, du willst ihn umbringen. Mach es. Eben hast du rumgeheult, wo wir irgendjemanden umbringen wollten. Da war es plötzlich zu viel. Jetzt ist es wieder nicht gut genug. Ich verstehe ihn nicht. Das werde ich nicht sein. Ich habe auch nicht vor, dich zu töten. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das geht doch genauso. Ich bin sicher, dass du mich auch nicht mehr verletzt hast. Wenn es in den Karten ist. Oder vielleicht. Vielleicht du denkst. Du kannst auf das alles aufstehen. Aber es gibt kein Schäden da, honey. Und es gibt kein Schäden da unten. Wir können es irgendwie versuchen, besser zu machen. Das ist keine Lüge. Klar, die Welt werden wir nicht verändern, aber wir können die Menschheit irgendwie am Leben halten. Jetzt kriegt er auch nicht schon wieder einen Anfall. Wieso kriegst du das immer in so komischen Momenten? Michonne? Michonne? Nein. Nein. Wir töten ihn. Nein, wir... Nein. Wir töten ihn nicht. Wenn du statt Randal möpst, wirst du dich das merken, vielleicht... Vielleicht wird er uns auch verschoben. Normal will be here soon. Your funeral. Ich spiele viel Zeit, in low, low places. Where you only have your thoughts for company And those can be mean Nasty You want to believe all lives and other gifts for this Believe me, they don't It's true Things always fall apart But we're the ones who bring them down Na, ich bin mal gespannt, wie Episode 3 werden wird Wahrscheinlich noch mehr Chaos, noch mehr Tod Und noch mehr dämliche Entscheidungen Naja, wir können auf jeden Fall jetzt erstmal unsere dämlichen Entscheidungen bewerten Bisher sieht es ganz gut aus, außer eine Also wir scheinen mehr in der Mehrheit zu sein Obwohl ganz oft nur ist auch nur 47 Fangen wir mal ganz um an Hast du Pete bei dir behalten oder ihn an deine Lust ziehen lassen? Du und 82% der Spieler haben ihn behalten Ah, ich hätte erwartet, dass mehr Leute vielleicht Dass mehr Leute vielleicht Peets Idee auf Peets Idee eingegangen wären Aber ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute so gedacht haben wie ich Im Sinne von Wenn wir jetzt sagen, nee, Pete bleibt bei uns Dann schleichen wir uns raus oder so Und nicht, dass wir die Tür auftreten Und dann anfangen, alle umzubringen Ich denke mal, das haben viele Leute so verstanden wie ich Weil, ja, ich meine 82% sind auf unserer Seite, was das angeht Ich glaube nicht, dass 82%, die angefangen hatten, alle zu massakrieren Also ich denke mal, das war ein Missverständnis für alle, auch für mich Bist du ans Telefon gegangen oder den Schritten im Flur gefolgt? Du und 73,1% der Spieler sind ans Telefon gegangen Finde ich auch immer noch besser Ich meine, wozu den Fremden auf dem Flur folgen? Du weißt nicht, wo es hinführt Hast du Paige erzählt, dass du fast Selbstmord begangen hast? Du und 30% der Spieler teilten ihren dunkelsten Moment Naja, ich wüsste nicht, warum wir darüber lügen sollten Ich meine, es ist nun mal so Und wirklich relevant ist die Information auch nicht Ob man das versucht hat oder nicht Also nicht, wenn man sich gerade als kennengelernt hat Vielleicht auf Dauer oder so, ich weiß es nicht In der Welt ist es wahrscheinlich nicht ganz so relevant Weil ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen schon Wie auch Paige gesagt hat, dass viele Menschen schon darüber nachgedacht haben Ist ja auch klar, wenn du jeden Tag mit Zombies konfrontiert bist Und nicht weißt, ob du stirbst oder lebst oder verhungerst oder verdurstest und all den Kram Wie hast du auf den Funkruf von Norma reagiert? Nur 59,5% der Spieler ließen Randall mit ihr sprechen Ich weiß halt nicht, was wir hätten sonst machen sollen Wenn wir selber rangegangen wären, hätte sie sofort gewusst, irgendwas ist Also hätte sie wahrscheinlich gedacht, Randall ist tot Oder sie hätte gedacht, irgendwas ist komplett schief gegangen Und sie wäre sofort zu uns gekommen Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit rausgeholt haben oder nicht Ich meine, im Prinzip ist es egal, was wir machen Telltale möchte, dass es in die Richtung geht Also wird es in die Richtung gehen Das ist leider so bei dem Spiel Das ist immer ein bisschen nervig Egal, was du für eine Entscheidung triffst Es wird im Endeffekt darauf hinauslaufen, wegen der Story Und ich denke, es ist auch irrelevant, ob wir mit ihr geredet hätten oder nicht Also wir haben jetzt nicht mit ihr geredet Weil Randall mit ihr reden sollte Wir haben rechtzeitig abgebrochen Also ich glaube, sie hat nicht verstanden das mit mir schon Vielleicht doch, ich hoffe nicht Aber selbst wenn, wird sie wahrscheinlich trotzdem kommen Weil das Signal abgebrochen ist Hätten wir mit ihr gesprochen, wäre sie sofort gekommen Also bleibt sich gleich Und was hast du mit Randall getan? Du und 47,4% der Spieler zeigten ihm gegenüber Gnade Ich will es nicht unbedingt Gnade nennen, wenn ich ehrlich bin Für mich ist das einfach nur ein Verhandlungspunkt vielleicht später Ich hätte ihn gerne umgebracht Es hätte mich auch ehrlich gesagt nicht gestört, ihn umzubringen Weil er hätte es verdient Aber ja, wir brauchen eine Verhandlungsbasis Ich finde auch dieses Ganze, was viele Leute immer sagen würden Mit dem Auge und Auge und die Welt wird blind Ich finde, das trifft nicht zu Wenn du als eine Person, die nur Gutes tut Jemanden tötest, der nur Schlechtes tut Ich meine, wenn man als Beispiel nimmt Da ist ein Massenmörder Und der hat fünf Leute getötet Und er hat nicht vor, aufzuhören Und wird immer mehr töten Und du hast in deinem Leben noch nie jemanden getötet Außer diesen Massenmörder Dann später hast du eigentlich was Gutes getan So sehe ich das Weil du dafür gesorgt hast, dass er das nicht mehr weitermachen kann Und andere Menschen gerettet Deswegen finde ich es ein Film Ich rolle mal direkt meine Augen, wenn die ankommen Mit Jetzt bist du genau wie er Weil du ihn umbringen wolltest oder sonst Ich denke mir, das macht halt doch die Klappe Irgendjemand muss es doch tun Was soll ich machen? Ihn wegsperren? In so einer Welt? In so einer Welt funktioniert das nicht mit wegsperren Sperren? In der heutigen Welt? Ja, weil wir gefangen mussten Abend und den ganzen Mist Aber in der Apocalypse Da funktioniert das nicht Da kannst du nicht einfach jemanden für immer wegsperren Ich meine The Walking Dead hat irgendwas gemacht mit Nigen Das fand ich aber auch dämlich Weil der hat es auch nicht verdient, wegsperrt zu werden Der hätte auch getötet werden sollen Ich meine, das hat mich immer noch geärgert Danach habe ich auch aufgehört, das zu gucken Muss ich ganz ehrlich sagen Ich glaube, ab dem Endpunkt, ja Da hatte ich keine Lust mehr Das war mir zu Das war mir so doof Zu wissen, dass er nicht endlich stirbt irgendwann Ich rede auch wieder zu viel Auf jeden Fall bin ich gespannt, was in der nächsten Episode passiert Ob uns das tatsächlich was bringt Dass wir Randall Gnade gezeigt haben Wie der Spiel das nennen will oder nicht Ich hoffe, es wird uns was bringen Ich hoffe, Norman lässt sich verhandeln Ich hoffe, es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!